Wie immer, ihr Tempel wird in ihrem Namen umgestaltet. Und der Schakal. Okay, alles klar. Und hier oben, ich schätze mal, wird dann das finale Ziel sein. Wir könnten da eigentlich mal schauen. Wir haben vier Punkte. Was könnten wir dann machen? Okay, dann schauen wir uns später nochmal an, würde ich sagen. Oder schauen wir uns offscreen mal an. Dann werden wir halt nicht aufnehmen. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schilfboot? No. Ich glaube, diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg. Das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht. Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Könnt ihr doch nochmal jetzt machen, Mensch. Götter. Daniel wird viele Monde lang rot fließen. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Schauen wir doch mal, ob wir hier durchkommen. Ist hier jetzt keine Wachen? Anscheinend kommen wir zu spät. Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Ich gewöhne mich langsam an faulendes Fleisch. Jetzt komm doch mal her, Mädchen. Mach die denn. Los, Aya. Na, ist klar. Wenn die ganzen Leichen liegen, dann kommen natürlich die Krokodile. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt es. Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. Sie mit ihm gleich, das will ich sehen. Alles klar. So, Stufe 30. Die Klinge der Göttin. Machen wir doch gleich mal. Ich hoffe mal, dass es nicht zu hoch ist. Das schauen wir uns aber jetzt erst mal schnell an. Na, Stufe 31. Okay, das ist okay. Wir müssen wieder ein bisschen mehr Nebenquests machen, aber die Hauptstory, die packt einen so, Leute. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Nach Alexandria segeln. Klo. 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 Ich meine, wenn die Quest 31 ist, müsste es locker funktionieren eigentlich. Das sehen wir aber dann, würde ich sagen. Mittelmeerküste. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Kommt vor. Wir verachten ihn. Ist die ein bisschen spitz, oder was? Mein treuer Schildträger. Bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Lass mich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja. Sie ist die wahre Göttin. Dort. Siehst du das? Okay. Ich denke mal, dass wir wieder hier mit dem Schiff kämpfen müssen. Ah ja. Zeigst du bald schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See. Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra. Herren der Vollkommenheit. Okay. Mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, leider. Mit so vielen weiteren Anmaßen in Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pfarrers. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Das erinnert mich an einen Tag von 20 Jahren, als ich mit dem Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört. Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaum. Die Wolken hatte auch hier angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch und Anstieg. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Bettscheid! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolemäer! Verbreit sie! Ah lala! Oh, die gehören zu uns, oder? Ah, da hinten. Und halten Sie mal zu liegen! Lass sie passen! Von unserem Feuer! Tschüss! Jawohl, da haben wir einen Tank getroffen. Äh, einen Tank nicht, aber irgendwas extra. Okay, Segel nach Alexandria. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Äh, Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Damaste ist, bitte sei still! Wir machen weiter! Oh, sie haben wo ein Schiff? Doch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen! Ich kann es dir ansehen! Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria! Der Weg muss sicher sein für Cleopatra. Wir müssen das tun! Diese Naked Yadid werden Rehs Pfeile spüren! Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff! Vielseitigkeit macht das Leben interessant! Und Blut vergießen! Alala! Alala! Die Flotte erwartet Befehle, euer! Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen! Die Flotte erwartet Befehle, ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Spare nicht mit Modition! Klotzen! Nicht kleckern! Schlacht mit Feuer! Tschüss! Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann! Alala! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Tschüss! Aber nicht mit Modition! Klotzen! Nicht kleckern! Die Flotte erwartet Befehle, ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Wir werden angegriffen! Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann! Alala! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Geil! Greif an, ihr Faulpilze! Tschüss! Schickt sie zum Meeresgrund! So, jetzt herkommen! Boah, Alter! Die Luft stinkt und liegt nach Nennerschweiß! Was ist das? Halt, Foxy, das! Sieh dort! Auf dem Wasser! Oh, die haben wir so einen Öl-Teppich gelegt anscheinend! Zwei Schiffe versenkt! Wie Sabtolemaeus! Aber er hat eine schöne Marine! Ich bin kein Feldherr mit drei gefüllten römischen Schatzkammern! Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das! Wir sind noch nicht am Ende! Unsere Katapulte erledigen das! Sie werden bezahlen! Und teuer! Bei Zeus eiern! Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken! Damasses! Gebt den Befehl! Erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! La, la, la! Sie schicken eine Orkere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel! Und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden! Feuer! 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 Wir werden angegriffen! Erhöht die Schlagzahl! Feuer! 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 Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Er ist ab! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Normale Fahrt! Ja! Er ist nicht gut! Verdacht! Feuer! Das hat uns voll getroffen! Feuer! Feuer! Apo! Wir werden angegriffen! Eben! Nein! Eben! Apo! Eben! Wenn wir ihn übergüsten! Dane! Dane! Unddane! Okay, der hat mir durchschonversenkt. Wir werden angegriffen, schneller! Knappes Ding. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt nach Alexandria kommen. Boah, knapp aber. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Cleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff auf den Steuerbord! Ich hab's genau gewusst. Tolomeus Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erlebliche das hier. Das Schicksal ist ein räumiger Hund, Arja. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier am St... Flieg, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Okay. Soll ich das schaffen werden? Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Götchen! Okay, sehr gut. Okay, wir sollen mit der Eier spielen, oder was? Geil. Soll wir ein bist. So, okay. Schauen wir nochmal. Zieh dich um. Oder bring dich im Teppich rein. Liefere Cleopatra. Okay, Leute. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Ich würde sagen, was hier passiert, um wie weit wir kommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.